Okay Leute, willkommen zur nächsten Folge von TopfAttack, genau, heute 49 mit Reis, hallo. Tach, ihr kleinen Fackeln. Okay, wir sind Fackeln heute, alles klar. Ja, ähm, wir müssen mal schauen, was machen wir jetzt eigentlich erstmal, das war... Ja, wir haben gerade bei Überversion geredet, da können wir gerade... Und du kannst mir so einen kleinen, hier mal ein bisschen was machen. Soll ich ein bisschen terraformen, oder was? Ja, aber du kannst ein bisschen talken, auf jeden Fall, wir sind gerade stehen geblieben. Was ist nochmal das 1.11 Update? Das 1.11 Update war einfach nur Explorer, da habe ich ja so ein Projekt auch gemacht dazu, damals, als es rauskam. Ähm, mit den Mansions, genau, die kamen da rein. 1.12, da kam Elytra, oder? Ne, 1.12 kam nicht Elytra, das war alles 1.9. Ach, da kamen 1.12. Da kamen hier diese bunten Blöcke und bunte Betten und so weiter, ne? Ah, stimmt, das... Weil früher gab es auch noch ein roter Bett. Na, und so ein paar Kleinigkeiten. Ja, das war quasi... 14 war Dorf-Update, da wurden die Dorfer halt genau gemacht. 1.15 war für mich das schwächste, Bugs and Bees. Ja. Ich glaube, es gab noch nie so ein schlechtes Update. Ja, das war nur, damit noch ein Update kommt, letztes Jahr. Ja, aber ich muss echt sagen, das war... ...klimisch das schlechteste Update. Wenn jetzt hier das zweite Update wieder so wird, weißt du, weil die wollen ja jetzt immer ein großes und ein kleines im Jahr machen, das wär auch blöd, ne? Wenn dann die 1.17 auch wieder nur so wenig hat. Ja. Ich kann's mir vorstellen, naja, also auf jeden Fall die 1.16, die fande ich jetzt, ja, ist okay. Also ich fand das Aquatic-Update besser, aber das ist meine Sache. Was machst du denn Aquatic oder neller Update von den Großen jetzt? Ähm, na schon Aquatic, weil das war damit schon geil. Naja, aber ich muss auch sagen, als es reinkam, das war echt geil gewesen, weil's halt, weißt du, was Neues war und auch was Neues, was halt geil, weißt du, aber weißt du, sowas gab's früher nicht. Ja. Und dabei ist das ja normal, aber das war, 1.17 rausgekommen, das hat richtig Spaß gemacht, das alles neu zu erkunden. Oh ja. 1.16 eher jetzt nicht, muss ich sagen. 1.16 hatte ich jetzt eigentlich nicht so Spaß, um neller zu erkunden. Na, äh, damals auch mit Minecraft Aqua und so, das war so geil, irgendwie im Sommer. Ja, ja, Aqua ist natürlich gespricht. Latentia 6? Na, genau. Und wie ich Tiny CA6 ja auch gestartet hab, da hab ich ja erst mal so alleine mehr oder weniger gestartet, da war halt null Aktivität und wie dann so alle dazukamen und man sich so das aufgebaut hat, ne. Ja, und so zerquetsch auf dieser kleinen Insel. Ja, genau, weil ich dachte, es sind viel weniger Leute da. Am Ende waren wir ja 20 Leute auf einer Inseln, weil ich hat eine für sich gehabt. Oh ja, right. So dieses kleine Kackding. Und dann wird es immer wieder zurückgesetzt, aber, ja. Am Ende hat eine Mauer gestanden. Ja, eine Mauer, wenigstens etwas. Oh, Alter, der weiß noch mit meinem Imbiss. Ach ja, ne, jeden Monat, Eröffnung, erste Achtung. Ja, ja, hast du mitbekommen, dass ich hier ein Imbiss gebaut hatte? Äh, ach ja, stimmt, den hab ich hier gesehen, ne. Hier oben. Den kann ich grad mal fertig machen, das hat ich wenigstens gar nicht mehr gemacht. Oh shit, ich hab übrigens auch noch mal Enchanted hier neulich. Und zwar hab ich hier Plünderung 2 und Schwungkraft. Äh, Behutsamkeit hab ich draufbekommen auf die Pickaxe und... Ja, läuft ganz gut. Und vor allem Glücksspitzhacke, das ist natürlich geil. Die werd ich noch kombinieren. Eine Sache werd ich im zukünftigen Effekt auf jeden Fall machen, du weißt, was ich mein. Auf jeden Fall werd ich mich am Anfang einmal umbringen, damit ich nicht den Druck hab mit dem Sterben, die ganze Weiße. Ach so, ja, okay. Ja, das ist halt immer das Problem, also da hab ich auch keinen Bock drauf. Immer mit den Null Toten, aber du killst mich ja sowieso nach zwei Sekunden, ne. Also von daher hab ich nie das Problem gehabt. Außer früher. Ja, obwohl, in Minitia 2 weiß ich noch, da wollt ich auch null Tode behalten, aber dann Kyojin so, ne. Machen wir mal, machen wir mal nicht. Oder Lukas so weit. Ne. Wo bist du, komm mal, komm mal, komm mal zur Red, Redding hier. Danke, dass ihr euch alle so zahlreich versammelt habt. Ach ja, genau, da komm ich hin. Das ist der beste Titel für diesen Platz. Ach, das wusste ich denn, warum hast du goldene Schuhe? Äh, weil ich im Netter war. Ich wollte immun sein gegen die Piglins. Ach so, die greifen ja nicht an. Ja, genau, na. Also du darfst... Hä, wie, wenn man goldene Sachen anhat? Ja, wenn man ein Rüstungsteil Gold hat, dann greifen die einen nicht an. Du kannst ja mit denen auch Gold traden, weißt du das schon. Ja, nee. Wenn du Gold denen hinwirfst, dann, ja, geben die da irgendwas. Random, auch teilweise gute Sachen. Du hast ja eine geile Lösung für dein kleines Haus gefunden, einfach zu einer Burg gemacht, damit du es nicht weiterbauen musst. Ja. Ey, komm, lass mal hier gucken, ich war nie lange nicht mehr dran. Was ist eigentlich hier? Ja, keine Ahnung. Ein kleines Geschenk von der Pizza. Ja, das stimmt. Aber das sind die ganzen Kisten hier aus. Warte mal, hier sind Zettel dran, warum heißen LGNN. Ja, das war noch von den Wahlen. Hä? Du bist die Hand. Maurice. GNN for the win gegen die Rebellen. Reismaut TV. Ja. Hier oben. Ach, aber schön ein pinkes Bett. Wir haben, was ist das hier um für ein Stängel? Das ist hier dein geheimer Drogenkiller aus. Na ja, nee, eigentlich wollte ich ja mal so Räume in alle Richtungen machen, aber das ist nie was geworden. Ja, keine Ahnung, hier war ja die Mobform dann. Hier soll das Portal erst hin. Und das ist auch dann oben hingekommen. Was machen sie hier unten für geheimen Machenschaften? Eigentlich gar nichts. Aha, sowas haben sie hier, hä? Hö, lol, seit wann ist hier das Portal? Ich wusste gar nicht, dass das hier ist. Als ob. Ja, komm, wo wir gerade drüber reden, komm mal mit, wir gehen mal wieder an den Netter. Okay, lol. Bin direkt drin. Vielleicht kann ich dir ja noch ein bisschen was beibringen. Beibringen? Ja. Ich spiele länger als du, Minecraft. Ach, echt? Spielst du schon seit... Spielst du schon länger als 2012? Okay. Ja, gestern ist aber ein bisschen weniger als acht Jahre, würde ich behaupten. Acht Jahre übertreibt mich. Na doch. Ich spiele seit April 2012, eigentlich schon acht und eineinhalb Jahre. Oh, shit, Alter. Was ist das denn? Nein! Hilfe! Diese scheiß Hocklins. Ich hasse die. Die sollen verbrennen. Ja, Hauptsache mich dann auch noch angreifen, ne? Äh? Ey. Warum bist du gestorben? Ja, warum wohl? Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Also es gibt ja jetzt auch die vier Biome im Nether, ne? Äh, das weiß ja alles bestimmt, oder? Ja. Mit den Nether Ways und so und diese Crimson, äh, Forests und Basalt Delta. Wie? Naja. Das sind doch die unterschiedlichen Biome. Na, es ist halt ein Nether Update. Und in jedem Biome können bestimmte Mobs spawnen. Also zum Beispiel Endermen sind dann häufig in diesen Crimson Forests. Oder wie heißen die? Ich verwechsel die Forests immer. Oh, mit du. Hm. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich spiel aber länger als du. Ich spiel aber länger als du. Ey. Ich hab ja gestern Minecraft runtergeladen. Ja, weil das denn neu installieren muss. Komm, komm, komm mal hier in deiner geilen Arena mal wieder. Ja, stimmt. Oh, da haben sich ja alle gefreut, ne? Ja. Alles du aller, was ist das denn für ein Scheißhaus? Sind wir beim RTL Zweigdrehort oder was? Für Frauentausch. Ne. Für Frauentausch. Ja. Ja. So sah es da aus. Ja klar, wir sind hier in Zerbst. Ja. Oder in Köthen. Noch besser. In Köthen. Die hab ich gesehen hier, Frau Rütter. Ja. Ich wollte Bildmutter machen. Aber die hat mich dann als scheiß Türke beleidigt. Echt? Ach du Scheiße. Ja. Ich hab ja Frau Rütter. Du scheiß Türke, verpiss dich. Du hättest dein, äh, schönes Grinsen von deinem Kanalbanner aufsetzen müssen, dann hättest du dich reingelassen. Ach so. Ja. Naja, die, 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 die kärt sich wie Türke wegen meinem Lippenbärtchen. Ach so. Ach stimmt, deswegen haben die mich damals immer Türke genannt. Boah, die sind geil, die, 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 die hast du noch nie bewertet. Ach ja, stimmt. Ey, die ist voll untergegangen, oder ich hab die nie auf dem Schirm. Seit, die gibt's doch auch schon länger, gell. Ich hab mir voll Mühe gegeben und niemand nutzt das. Na, weil ich die vergessen hab. Wieso hab ich eigentlich keine Level? Ich hatte doch gerade 48, ey. Die sind wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich wegen, äh, XP weg. Gib dir den mal. Äh, wegen T, TP weg. Das ist doch mein Tracer Bug. Ach ja, stimmt. Da muss ich mir ein Level geben, oder so, ne? Aber es ist aber geil, dass die es rausgenommen haben, weil man auch gefällt, dass man ganz nach links und rechts geschoben wird. Ja. Ey, hallo. Hör auf. Lass mich hier aufsteigen. Oh. Ey. Guck mal, was im Zelt steht. So wird das... Die schönste von einer Leiter ab. Das hab ich ja noch nie gehört, Mike. Ist ja wann gibt's denn? Ja, die passen das immer mal an, diese Nachrichten. So, und jetzt kann man hier werfen, ne? Und man kann ja... Die Schweine fallen nicht runter. Die Schweine fallen nicht runter, nur die Dings. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber man kann ja die Viecher mit so Pilzen fernhalten, wenn man die hinsetzt. Geil? Wie mit Pilzen? Na, es gibt doch diese Warped Fungies, ne? Und wenn du denen setzt, dann haben die Angst davor und laufen weg. Die Viecher. Guck mal an. Die meisten Features kennst du noch gar nicht. Aber ich hab mir das nur alles angeguckt. Von der 1.16. So. Oh, ey, die Sounds, ey. Warum sind die so laut? Lässt sich das einfallen? Genauso beim Endertrachen, das ist so nervig. Äh, jedenfalls, ich brauch noch einen Thumbnail. Ich weiß gar nicht, wo wir das machen. Ja, eigentlich hier ist ganz gut. Nehmen wir mal irgendwie... Na, würde ich mich noch mal ein bisschen hier hochstellen. Ah, das ist doch geil. P. Perfekt. Ähm. Ja, dann guck ich noch mal, dass ich hier ein bisschen mit abschieße. Achso, ja, ich wollte mir ja die Level wiedergeben. Dann machen wir mal XP at Signal 90. Mensch, dass die die Befehle mal so lang machen. Hä? Achso. Jetzt muss ich erst eins und dann Level. Ah. Komplett anders, so. Dann hab ich halt mal ein Level mehr. Okay, dann. Na, die Enderman. Ist doch toll, wir mal eben das ganze Essen ein, ne? Dagegen hast du doch wohl nichts. Ja, nee. Äh. Hab ich nicht. Klar. Selbst wenn, würde mich nicht interessieren. Eben, also, deswegen, also, das wusste ich auch. Meine Meinung zählt nämlich nicht. Okay. Deswegen, also, wenn ich, äh, wählen gehe, dann wird meine, mein Wahlzetter auch direkt weggeworfen. Ist auch ein Geschenk für dich. Das ist, äh, vom Arsch deiner Mutter. Achso. Ja. Okay. Wieso? Moment mal, jetzt hab ich das realisiert. Nein. Ein flew- in. Ich hacen die. abe republican anything. Aber... Oh. Ich sage, okay. Ich sage, ich sage, ich liebe dich. icy impacted nicht.